Je näher wir die Tür kommen, desto nervöser werde ich. Ich bin besoffen, aber mein Kopf ist immer noch zu klar für die Situation hier. Immer wieder werden Leute abgewiesen. Sie gehen dann sofort wortlos zurück an der gesamten riesigen Warteschlange entlang, mit hängenden Schultern und leeren Augen. Ich dachte immer, nur reine Männergruppen werden nicht reingelassen. Ist ja mein erstes Mal in einem Club oder eher vor einem Club. Aber auch Frauen laufen zurück, Paare, Kurzhaarige, Tussis, alle möglichen Leute. Ich erkenne keine Logik dahinter. Die Franzosengruppe vor uns ist dran. Eines der Mädchen trägt eine Halskette um den Kopf. Der linke Türsteher mit der krummen Nase betrachtet sie und macht ein Gesicht, als ob er den zugedröhnten blonden Lockenkopf gleich zwei aufs Maul geben will, nur um ihn weinen zu sehen. Er dreht sich zu seinen Kollegen um und quatscht. Er ist ein Riese, bestimmt über zwei Meter groß, mit einem Rücken wie ein Stier. Eine Weile stehen die Franzosen nur so da, ohne ein Wort zu sagen. Sie starren zum Türsteher hoch und betteln ohne Worte, wie kleine Hundebabys. Dann dreht er sich endlich wieder zurück. Er will ihre Ausweise sehen. Sie halten sich schon alle bereit in ihren Händen. Es sind solche kleinen blauen Karten. Ey, habt ihr das gesehen? Lasst uns unsere Ausweise rausholen, sage ich. Bleib locker, Herr Sal, wir sind doch keine Opfer, sagt Elmer und zündet sich eine Zigarette an. Gül beobachtet mit honrigem Blick den kleinen Lockenkopf und trägt dabei ihren Lippenstift nach. Sie verschmiert die Seiten komplett. Ich lecke meinen Daumenfeucht und korrigiere den Rand. Die Franzosen dürfen rein. Der Lockenkopf winkt Gül zu und verschwindet durch das Tor. Der Türsteher dreht sich zu uns. Er widmet uns einen konzentrierten Blick, als wir zu ihm vorlaufen. Gül läuft einfach weiter, will an ihm vorbei, dem Lockenkopf hinterher. Der Türsteher streckt seinen Riesenarm wie eine Schranke aus und sagt, Moment mal. Er mustert uns drei viel länger als die Franzosen. Elmer schaut nicht zurück. Sie blickt rauchend um sich, als wäre ihr ihre Aufmerksamkeit nicht wert, spielt mit der Zunge an ihrem Oberlippenpiercing herum. In ihren Augen leuchtet das gelbe Licht der Laterne über uns. Der Türsteher dreht sich zu den anderen Türstehern, die neben ihm ganz klein und dünn wirken, obwohl sie es nicht sind. Ich versuche zu hören, wovon sie sprechen, aber der Bass aus den Innenräumen ist zu laut. Ich höre nur eine Art Gelächter, ganz tief und irgendwie ätzend. Er wendet sich wieder uns zu und schaut mir in die Augen. Heute nicht, ist zu voll. Krass. Sein Ton ist eine Wand aus Beton. Wie bitte? fragt Elmer. Heute nicht, habe ich gesagt. Es ist zu voll, da können nicht alle rein. Wir sind nicht alle, sagt Elmer. Er zuckt mit den Schultern. Wir haben zwei Stunden gewartet. Jetzt klingt Elmer angepisst. Er winkt uns mit seiner Hand weg und sagt, die Nächsten bitte. Aber unsere Freunde sind drin, ruft Güll. Ich klopfe ihr auf die Schulter und flüstere, lass Elmer das mal regeln. Elmer sucht den Blickkontakt zu dem anderen Türsteher, dem eine Augenbrauer fehlt. Sie fragt, was das soll. Er sagt, heute nur Stammgäste. Und wir sind keine Stammgäste oder was? Seine Augen wandern an ihr auf und ab. Sieht nicht so aus. Elmer wirft ihren Kopf genervt zur Seite und fängt an, hektisch von Nuri zu erzählen, dass sie für ihn arbeitet im La Magique und dass sie ihn doch die Türsteher hier bestimmt kennen. Aber der Typ grinst nur und sagt, schönen Abend noch. Wir stellen uns an die Seite, Elmer kramt ihr iPhone raus. Nuri geht nicht ran. Sie versucht es nochmal. Güll redet endlos davon, dass sie sich die Nummer von dem Lockenkopf nicht notiert hat. Hallo Nuri, ich bin's. Elmer geht ein paar Meter weg. Sie telefoniert abseits der Laterne. Wir sehen nur ihre Silhouette, die High Heels, die kräftigen Waden, den prallen hinter dem Mini-Kleid, den wild gestikulierenden Arm. Und dann erstarrt sie auf einmal und nimmt das Handy vom Ohr. Sie bleibt im Dunkeln stehen, schüttelt nur den Kopf. Nach ein paar Sekunden stöckelt sie zurück zu uns, den Blick ins Leere. Was ist, was hat er gesagt? Sie zieht eine Zigarette aus ihrer Handtasche und schaut zu Boden. Er sagt, wir hätten hier sowieso nichts verloren und sollen nach Hause gehen. Ich gebe ihr Feuer, sie zieht eine Augenbraue hoch. Und er sagt, ich soll ihn nie wieder wegen so einer Scheiße anrufen. Dieser Bastard, sage ich. Güll schaut verwirrt um sich. Okay, was jetzt? Soll ich mit dem Türsteher rummachen? Mit dem draußen? Soll ich mit dem Stacy? Können Sie seine Meinung nach Ich bin eine neue Frau.